Ach feg dich doch Tttttttttttttttttt zerquetscht dich ja mal dran Hier muss ich das zu schnell Normalerweise müssen das schon einfacher gehen jetzt Ach da war ich ja groß Ach ja stimmt ja Und groß ist kacke Groß ist kacke die klava des todes hier eindeutig ja das ist kacke das problem ist musste dir eine taste belegen nein ich meine dir mehr safes zu machen so meine ich das ja du kannst doch einmal saven und drückst einfach pause oder in dem moment aber naja ich drück auch mal wenn ich selber pause ich krieg jetzt schon hass auf das level ja genau jetzt bin ich auch noch zurückgepackt worden ich laufe genau in die lava rein sicher 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 das ist ein neger naja du bist einer da kürtet bettet dass sie die stimme komisch spring ich über den scheiß notenblock das macht das voll weit nach hinten das habe ich auch eingestellt gehabt auch nicht wirklich manchmal würde er gar nicht reden dann muss ich das durcheinander zurück kacke ja du bist kacke ich weiß also das level das schlimme ist das level das sich einfach bewegt ja ne kapitel schon mit dem anfang mit dem karussell nicht halt's maul joshi mann boxe ich da jetzt durch tschüss jetzt habe ich ernsthaft joshi nicht weit weg geboxt ne ach mann dieser kacknotenblock rück mir noch zur verzweiflung rück mir noch zur verzweiflung ja vielleicht hat's maul ah fick dich du musst jetzt doch schon gelandet oh hm hm pommes komm schon kletter 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 hm hm ja spring nochmal vorbei du wichser echt ich bin zu dumm für die spiel das bist du so oder so ach das maul wir haben schon wieder ne viertelstunde weg ich weiß und du wolltest doch eben nur ne Bestätigung haben oh du faggot kenn dich doch da nicht ein aber ich weiß dass ein guter vorteil ist immer ne halbe stunde kaiser also es riecht nicht auf es macht keine akkursion doch macht es ach mann ja ja noch zu mega akkursion bei mir faggot mario hätten sie es nennen sollen tschüss josh tschüss joshi mit dir will keiner reden brauch ich ernsthaft joshi ich will den nicht mitnehmen ich wollte den auch nicht mitnehmen aber man brauchte den wirklich so mein Ende weil man mit dem fliegen muss das ist voll die verarsche ich hasse dieses Karussell weißt du diese Blumen in der Mitte die hätten sie vielleicht weglassen können ne das geht aber das klappt aber den joshi muss ich in der Handball dafür ne klar wenn du ihn loslässt musst du ihn gleich in die Klammer deswegen ja deswegen wundere ich mich ja die ganze Zeit ich wollte den schon versuchen auf so eine Plattform zu kicken aber da bleibt er nicht drauf ja ja schlabern nicht fick dich mario du sollst rüberspringen über die Zahnräder du Affe du kleiner Asi boah man hat da voll den leichten Drehwurm ich hab grad mal den Bildschirm mal so drauf geguckt auf den rechten ne alter das ganze Bild verdreht sich warum 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 lade ich grad weiß ich nicht weil behindert bist vielleicht ja ich bin Panne mhm Panne Panne wie immer ja Stefan du Arsch du warst viel besser Stefan du Arsch Stefan du Arsch wenn du das geschafft hast oh boah das macht faul Aggression in den Augen das macht generell Aggression boah 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 hm willst du mich verarschen willst du mich verarschen du solltest auf die andere Zahnräder springen und nicht mitten in die Pflanze rein boah ach u� oh du Fido ne du darfst doch nicht mehr draus Warum? Warum, du dummer Ficker? Iiiiih, na 10 los. Jetzt ist es heuflich. Das ist schon wieder mit deinen Aggressionen, mit den Schimpfwörtern hier los. Mach ich das gar nicht, das bist du. Ne. Sag ich mal gleich ein Schimpfwort loslassen? Hä? Du hast doch vor Augen geschrien und wurde es leider dann los. Nein, wurde ich nicht. Wurdest du doch. Du kleiner Penis. Du nicht. Du keinen? Okay. Du bist ein viele verschiedene sodass. AAAA. Nö. Neu, Neu, Neuu. Neu, Neuu. Neu. Neuu, Neuu. 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 Neuu ? Neuu. 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 gefährlich er hat es geschafft ne danke das angebot gehe ich nicht ein warum warum das weiß ich natürlich nicht ich bin froh dass ich das level einfach geschafft habe was soll denn ich hab doch losgelassen eben dabei dass er nicht mehr so hoch springt das wollte ich schon die ganze zeit sagen aber irgendwie wollte er nicht so jetzt Untertitelung des ZDF, 2020